Also, die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter in den Projekten stellt den wesentlichsten Erfolgsfaktor unserer Projekte dar. Darum denke ich, sollten Sie Ihre Projektmitarbeiter genauso sorgfältig auswählen, wie Sie das beispielsweise im privaten Umfeld bei der Evaluation Ihres Architekten für den Hausbau machen würden. Meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie im Namen der SPOL recht herzlich heute Abend hier begrüßen. Die Management-Weisheit, die Sie hier lesen können, die trifft insbesondere auch auf das Projektmanagement zu. Nur ist es da, ich denke, noch ein wenig schwieriger, an die richtigen, an die besten Mitarbeiter zu kommen, als im Linienmanagement. Denn diese Mitarbeiter, wir haben es vorhin teilweise auch gehört, sind in anderen Projekten oder eben auch im Linienmanagement entsprechend schon ausgelastet. Wie sollen wir zu diesen Mitarbeitern, zu diesen Skills kommen? Wenn wir von Ressourcen- und Skillsmanagement sprechen, möchte ich mich primär heute auf die Qualität dieser Ressourcen auch konzentrieren, eben auf die Skills, auf die Fähigkeiten. Wie erkenne ich, was ich überhaupt brauche? Wie gehe ich damit um, dass ich in der Praxis vielleicht im einen oder anderen Fall nicht diejenigen Ressourcen erhalte, die ich brauchen würde? Wenn wir ein Projekt starten, dann überlegen wir uns einmal, wie sieht die Ressourcensituation in diesem Projekt aus? Oder insbesondere auch, was bei uns als externen Anbieter noch ab und zu vorkommt, wenn wir ein Projekt mittendrin übernehmen dürfen? Wir beurteilen da drei Dimensionen oder drei Kategorien von Skills. Das eine sind die Soft-Skills. Teamfähigkeit, Kommunikation, Konfliktfähigkeit etc. Hierauf gehe ich heute Abend nicht weiter ein. Denn dies war schon das Thema unseres letzten Social Events im letzten Herbst. Haben einige von Ihnen sicher auch mitbekommen. Ich kümmere mich heute eher um die Hard-Facts, um die Hard-Skills und das ist einerseits das Thema der methodisch-technischen Skills. Haben wir gerade vorhin im Vortrag von Herrn Probst auch gehört, ein bisschen anders vielleicht ausgeprägt. Da geht es darum, beispielsweise schauen Sie, wie gut kann ein Softwareentwickler Software entwickeln? Wie gut kann er kodieren? Wie gut kann er entwerfen? Oder ein Tester, wie viel Ahnung hat er überhaupt vom Testmanagement? Oder kann er nur, in Anführungszeichen, Testfälle schreiben? Kann er auch Tests automatisieren? Oder selbstverständlich auch der Projektleiter. Wie gut kann der Projekte leiten? Wie gut kann er planen, steuern, kontrollieren, die Risiken managen etc. Neben diesen Skills braucht es aber, unserer Meinung nach, auch gewisse branchenfachliche Skills. Schauen Sie, wenn ich in der Wertschriftenabteilung einer Bank die Prozesse reorganisieren muss, dann brauche ich da auch Mitarbeiter mit entsprechenden Wertschriftenfach-Know-how. Oder, wenn ich eine Lagerbewirtschaftung optimieren soll, gilt dasselbe. Ich muss wissen, wie wird in dieser Firma überhaupt Lagerbewirtschaftung betrieben? Und die Gesamtheit dieses Skills ist das, was wir beurteilen müssen, wenn wir sagen, welche Projektmitarbeiter brauchen wir, welche Fähigkeiten brauchen wir. Für die Beurteilung haben wir uns hier ein Raster zurechtgelegt. Gut, ich glaube, die Einstufung 0 muss ich nicht weiter erläutern. Wenn jemand eine 1 erhält, dann sagen wir, hat er so erste Erfahrungen. So bis ein Jahr, ein wenig mal da mitgearbeitet in diesem Thema. Wenn sich jemand auskennt, sagen wir, der hat so 1-5 Jahre da mitgearbeitet, beurteilen wir als 2. Jemand, der mehr als 5 Jahre, länger als 5 Jahre Erfahrung hat in einem Gebiet, da sagen wir, er ist ein Spezialist, der bringt ein gutes Know-how mit, gibt eine 3 in der Bewertung und aus unserer Sicht ein Experte, der bringt mindestens 10 Jahre Erfahrung mit. Also, das ist das, was ich in den folgenden Präsentationen als Experten bezeichne, also nicht jemanden, der mal irgendwie 3 Monate was gemacht hat und dann sagt, ich bin jetzt Experte. Für uns ist ein Experte jemand, der wirklich ausgewiesene Erfahrungen mitbringt. Nun, in den Projekten kommt es jetzt darauf an, brauche ich eher eine 1, eine 2 oder eine 4, eine 0 brauche ich meistens nicht. Bezüglich den methodisch-technischen Skills, macht da die Skalierung primär die Projektgröße aus, die Projektdauer auch. Wir können auch sagen, die Projektkomplexität, nur ist schwer fassbar. Auf der branchenfachlichen Seite sehe ich da primär wirklich die fachliche Komplexität oder allenfalls die strategische Ausrichtung. Stellen Sie sich ein Reisebüro vor, ja, vielleicht kennen Sie das Beispiel aus dem Buch von Bruno Jenny, stellen Sie sich ein Reisebüro vor, das schon diverse Produkte auf dem Markt hat, diverse Reiseangebote und das will nun ein neues Angebot kreieren, eine Weltreise. Aber das geht nur, in Anführungszeichen, hin und pappt da die einzelnen Angebote, die sie schon hat, zusammen und macht da ein neues Produkt draus, eben eine Weltreise. Das braucht vermutlich nicht so große branchenfachliche Skills, wie wenn dasselbe Reisebüro hingeht, in einem kleineren Projekt vielleicht, ein komplett neues Produkt generiert. Zum Beispiel Campingferien in der Antarktis. Da hoffe ich doch, dass die branchenfachlichen Skills ein bisschen ausgeprägter sind. Wie müssen wir dann vorgehen, wenn wir die Fähigkeiten ermitteln wollen in unseren Projekten, wie müssen wir mit dem Skillmanagement umgehen? Zunächst einmal müssen wir wissen, welche Skills benötigt denn das Projekt überhaupt? Und eine wichtige Zusatzfrage, wozu brauchen wir diese Skills? Schauen Sie, wenn Sie einen Maurer brauchen, dann ist das ein Unterschied, ob Sie den brauchen, um eine Mauer zu erstellen, sprich, die Steine aufeinander zu beigen und irgendwie dann mit Mörtel zu verkleben, oder ob Sie einen Maurer brauchen, um zu beurteilen, ob die Mauer, die da gebaut wird, oder gebaut wurde, korrekt, richtig gebaut wird, ob die entsprechend stabil ist. Einerseits ist es ein Unterschied, der erste Fall, da muss der Maurer physisch fit sein. Im zweiten Fall können Sie auch den nehmen, der vor zwei Wochen vom Gerüst gestürzt ist und jetzt den Arm im Gips hat. Sofern er natürlich die entsprechende fachliche Erfahrung mitbringt. Wichtig ist aber auch die Unterscheidung, in welcher Menge brauche ich die entsprechenden Skills? Den Maurer, der die Mauer baut, den brauche ich vermutlich zu 100%, währenddem er die Mauer baut, sprich, während eines gewissen Zeitraums. Den Experten, derjenigen, der das beurteilt, der brauche ich zu weniger Prozent, vielleicht mal sporadisch eingesetzt. Wenn ich das geklärt habe, für alle Fähigkeiten, die ich da in meinem Projekt brauche, dann geht es mal um die Beschaffung dieser Ressourcen. Beschaffung, das kann intern sein, oder extern. Ich hoffe, es ist schwer, dass Sie die branchenfachlichen Skills primär intern beschaffen können. Denn wenn Sie in Ihren Firmen das Fach-Know-how nicht vorhanden haben, dann denke ich, dann haben Sie ein anderes Problem. Hingegen die methodischen, die technischen Skills, die können zumindest teilweise problemlos auch extern evaluiert und beschafft werden. Nun aber zum wichtigsten Punkt auf dieser Folie, deshalb ist er auch fett hier. Sobald Sie jetzt wissen, welche Mitarbeiter Sie zur Verfügung haben, gehen Sie hin und prüfen Sie, ob das, was Sie jetzt da erhalten, was Sie jetzt einsetzen können an Mitarbeitern, ob das dem entspricht, was Sie eigentlich brauchen, oder was Sie gedacht haben, was Sie brauchen. Denn jetzt haben Sie die Möglichkeit, frühzeitig zu agieren, und nicht erst spät hektisch zu werden, wenn es zu spät ist, und dann zu reagieren. Wenn Sie einen Datenbankadministrator anfordern, für ein Informatikprojekt, und Sie erhalten jetzt wirklich einen Datenbankadministrator, einen eigentlich Top-Crack. Sie stellen jetzt aber frühzeitig, zwei Monate vor dem Projekt fest, das ist ein guter Datenbankadministrator, nur leider auf der Oracle-Datenbank, die wir im Projekt einsetzen, da ist er noch nicht wirklich der Crack. Dann haben Sie die Möglichkeit, den in den nächsten zwei Wochen, noch zwei Monaten, vielleicht noch irgendeinen Kurs zu versorgen, dass er sein Know-how da entsprechend aufbauen kann. Wenn Sie das erst merken, wenn der mit dem ersten Arbeitspaket begonnen hat, dem Projekt zu Ihnen kommt und sagt, sorry, aber mit Oracle-Datenbanken kenne ich mich da noch nicht so gut aus, dann ist es ein bisschen spät. Dann haben Sie den Mitarbeiter schon eingeplant, und können ihn vermutlich nicht morgen oder übermorgen an den nächsten Kurs schicken. Das wäre schon Zufall, wenn dann dieser Kurs entsprechend schon stattfinden würde. Das heißt, Ihre Planung stimmt schon wieder nicht, der Mitarbeiter wird mehr Zeit benötigen, um seinen Job auszuführen, und Sie haben Zeit vergeudet. Oder, wenn ich das andere Beispiel von vorhin nochmal nehme, die Prozessumstrukturierung in der Wertschriftenabteilung, da erhalten wir vielleicht einen Fachspezialisten zugeteilt, der sich schon auskennt in der Wertschriftenabteilung, vielleicht hat er bei zwei, drei kleineren Gebieten, hat er noch seinen Wissensrückstand. Ja, auch hier, wenn wir das frühzeitig wissen, können wir mit dem Linienmanager sprechen und sagen, hey, kannst du diesen Mitarbeiter nicht noch einzelne Tage vielleicht genau in diesen Gebieten einsetzen, damit er sein Know-how da vorgängig schon aufbauen kann. Auch hier, wenn wir das erst merken, wenn der Mitarbeiter im Projekt tätig ist, ist es ein bisschen spät und wir als Projektleiter kommen in Stress.